Richtig heiß heute, und zwar vor allem im Westen und Südwesten. In Ihringen 35,3 Grad, Freiburg-Munzingen 34,9 Grad, Offenburg 34,4 und Heitersheim 34,1 Grad. Und es gab auch erste heftige Schauer und Gewitter, allerdings heute nur vereinzelt. Sie sehen hier diese dicke Zelle, die aus Westen hereingezogen kam. Von Belgien her hat sich jetzt über Nordrhein-Westfalen ausgebreitet. Auch der Norden von Rheinland-Pfalz ist betroffen. In Ihringen fielen 18 Liter Regen pro Quadratmeter. Hier noch im Süden, direkt am Alpenrand, so eine heftige Zelle. Es hat örtlich gehagelt und gab zum Teil wirklich enorme Regenmengen innerhalb kurzer Zeit. Das aber, wie gesagt, vereinzelt. Und die Kollegen der Unwetterzentrale warnen auch jetzt noch. Für die Regionen, z.B. Hochsauerlandkreis, dann aber auch Westerwald, Altenkirchen, der Hunsrück ist davon betroffen. Im äußersten Süden des Ostallgäu. Das Ganze geht dann weiter Richtung Landsberg und Kreis Garmisch-Partenkirchen. Also dort jetzt im Moment heftige Schauer und Gewitter ausgeschlossen werden können, die aber für die nächsten Stunden nirgendwo. Und morgen wird das Ganze dann noch etwas formierter zur Sache gehen. D.h. eine Kaltfront kommt herein. Im Vorfeld dieser Front und mit der Front selbst sind verbreitet heftige Schauer und Gewitter möglich. Und die können auch morgen im Laufe des Nachmittags wieder unwetterartig ausfallen. Im Moment noch einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, örtlich auch mit Hagel. Das Ganze bleibt dann in der Nacht erst einmal an Ort und Stelle, schwächt sich dann mehr und mehr ab. Im Osten passiert am allerwenigsten. Einzelne davon können es aber in sich haben. Hier und da ist es eine tropische Nacht. D.h. die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad, v.a. in den größeren Städten, sonst morgen früh meist 14 bis 19 Grad. Am Vormittag über der Mitte und dem Osten erst sonnig. Erste Schauer und Gewitter dann schon von Westen. Im Nordwesten können die am Vormittag schon heftig sein. Am Nachmittag sind dann nirgendwo Unwetter ausgeschlossen. Heißt aber auch nicht, dass es überall welche geben wird. Und Unwetter, d.h. in dem Zusammenhang Starkregen, viel Regen innerhalb kürzester Zeit, Hagel und z.T. auch Sturmböen oder schwere Sturmböen. Von Westen her geht das Ganze dann eher in Dauerregen über. Da ist es auch kühler. Temperaturen um 20 Grad Richtung Berlin und Brandenburg an die 34 Grad. Und dazu wird es schwül warm. Der Wind ist insgesamt recht kräftig unterwegs, dreht von Südwest auf Nordwest. Im Mittelwindstärke 4 bis 5, also mäßig bis frisch. In Schauer- und Gewitternähe können die Böen wirklich sehr kräftig ausfallen. Insgesamt Mittwoch und Donnerstag, dann langsam Wetterberuhigung. Gibt zwar immer wieder Schauer, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte und dann nur noch Temperaturen um die 20 Grad. Ihnen einen schönen Abend. Das Wetter im Ersten wurde Ihnen präsentiert. Und dann können wir Ihnen präsentiert.